Logisch ist die ganze Situation nicht fein. Wir haben jetzt zwei wichtige Termine im nächsten Jahr, die WM und dann die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Und ich hoffe einfach, dass sich die Länder in den Gallen entscheiden, wie sie da mit den Meisterschaften und dass sich einfach der Markt dann wieder voll aufgeht. Und logisch, im Hinterkopf ist der Gedanke, wenn ich keine Mannschaft finde, bla 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 und ich muss wieder bis Dezember warten. Aber ich hoffe, dass es früher nicht so lange dauern wird und ich werde auch nicht so lange umbauen können. Ich hoffe, dass sie in den Gallen ein Angebot einbringt.